Oh, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video mit Landwirtschafts-Simulator 2015 mit Henning. Moin! Joa, das gab jetzt längere Zeit, mal kein Video. Wollen wir mal erzählen, wenn ich so wollte, wie ich das wollte, der wollte irgendwie gar nicht. Spinty, das konnte ich wohl mal. L.S. kann ich jetzt erst wieder. Joa, da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Die Musik, ich habe jetzt mal wieder dauerhaft 60 FPS vor diesem schicksalhaften Tag. Ich sah das alles anders aus. Ja, der Viewstart hat so ungefähr 20, weniger. Oh, wo fährst du denn Henning? Feld. Was ist das? Neben 13 und 12. Keine Ahnung. Neben 13, also nimmst du 13. Oh ja, das ist 13. Naja. Werden jetzt die nächste Zeit auch mal wieder mehr Videos produziert, hergestellt, hochgeladen. Heute ist der Dienstag, glaube ich. Ist der Dienstag, ja. Heute ist Dienstag der 11. August. Video lade ich heute Abend auch noch hoch. Oder nachher. Ja. Was da vielleicht manche bemerkt haben. Wir haben einmal, ich habe einmal die Map gewechselt. Wir sehen jetzt auf der Tannhausen Map. Einen Link zu der Map. Stell dich auch noch rein. Aber könnt ihr euch die auch mal angucken. Also ich bin da eigentlich voll begeistert von. Ich ebenso. Joa. Ich hab die ja von dir. Na 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 Na. Südamalalaa SDH. Ich nicht. Dicke Tr medal наверное. Was? Dicke Troubleage. Dicke Troubleage. Dicke Troubleage. werden das seht ihr mal alle nicht einfach abschalten das seht ihr mal alle Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.